Guten Morgen, ihr Schnuffis! Es geht weiter mit Animal Crossing New Horizons. Ich habe gestern Abend noch ein wenig weiter gespielt. Ihr werdet erstaunt sein, was da gleich alles zukommt. Also es wird wahrscheinlich Eugen ausgebaut mit seinem Museum. Ich habe meinen Kredit abbezahlt bei Tom und habe auch direkt ein neues Haus bestellt. Ein größeres Haus. Wir werden wahrscheinlich drei neue Mitbewohner auf der Insel haben. Ja, mal gucken, ne? So, bin gespannt. Schwarzmüllschirm, schwarzmüllschirm. Ha! Ja. So, mal gucken, was Tom zu sein hat. Die Neuigkeiten heute. Freudige Nachricht. Der Bau des Museums kommt hier. Ja, kann losgehen. Hä? Wieso losgehen? Okay. Ja, ja. Wir werden das Museum an der Stelle errichten an der Angstfeldstand. Ja, okay. Aha. Ach so. Okay. Nepp und schlepp. Ach so, der neue Laden hat eröffnet. Ja. Aha, okay. Von 8 bis 22 Uhr eröffnet. Die feinen Herren. Mhm. Ach, ein Katalog. Okay. 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 Service Center. Aha. Wie ist der Tom an der Rufen? Wundervoll. Das scheint zu heißen. Einer zieht uns auf die E-N-Wür. Das ist wunderbar. So. So, so. Weit haben wir nicht gefühlt, ne? Irgendwas ist passiert. Der Baum von Eigenheim. Oh. Oh, tausend. Cool. Noch irgendwas? Ah, guck. Oh. Oh, Klaunat. Wundervoll, wundervoll. Nice thing, Mike's scream. Da ist ein Wings, aber. Ein Wiesvertrepp. ich habe ja ja Wir haben uns das Knochen-Ding da in den Lager gestellt. Jeden Sonntag ganz früh komme ich durch die Insel und dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen. Ganz genau wie wo man es heute hat. Gehst du wieder zum Eugen? Gehst du wieder zum Eugen? Ich weiß noch nicht, Binne. Aha. Du bist wieder mal ein Volleyball dabei. Gar nicht, das habe ich hier verpasst. Ach du hier, ich weiß noch mal. Schöne Ball, ich bin verschollen. Okay. So, was haben wir denn hier schönes? Packen wir mal das Geschenk aus, was? Leiderstand. Staubsauger, yeah. Und vielleicht die Axt. Eine Moai Statue. Wie geil ist das denn? Achter Schaden anziehen. Zack. Okay. 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 Dann baue ich mal ne Moralstatue dahin, oder? Oh, ne, ne, ich hab's gelobt. Warte mal, warte. Wundervoll. So, war noch gar nix zuhause drin. So, mal gucken, was wir jetzt hier schön im Haus alles so haben. Achja, das ist ein bisschen größer geworden. Jetzt sieht das alles an. Ja. Papa, der hat auch sowas. Ja. Ja. Der hat auch sowas. Der hat auch sowas. Ja. Mhm. Der hat auch sowas. Wir und wir. Ach so. Ach so, ja. Ich schieb auf alles ran. Ja. Ja. Wann bist du denn? Ja. 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 Okay. Hallo. Hallo. ja der monitor oder kein manchmal zickt er ein bisschen rum ja Jetzt verstehe ich es langsam. So. Dann schauen wir uns mal hier auf der Insel weiter. Ah, da braucht der Irgendjahr aber ein kleines. So. Hallo. Auch wunderschön. Da müssen wir mal wieder. Nein, passiel. Na toll. Hä, wer sind sie denn? Das ist die Rübenfrau. Rübenfrau. Erzähl mal, wie funktioniert der Rübenfrau? Ja. 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 ok der rübenaktienmarkt ach der ist ein Glücksspiel jetzt wohl im Wohnzimmer da wo der Coach ist ja, ich hab jetzt noch was warten wir mal nächste Woche ab du bist ein boah fällt ja nie ein schwarzes Klaus die Nora das ist ein Glücksspiel ich bin immer noch auf dem Boden auch nicht schlecht da sehe ich doch was läuft tausend Stern nein oh das war mächtig dumm egal egal wir wollen mal ein Service Center da war doch hat sich schöner eingerichtet hier Kollege das war das war das war mit v Mh Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. geschlossen so Halt, sieh, halt, sieh, halt Papa, da ist ein Busch Ja Ah, am 29. März hat Farbgeburtstag Das sagt, wenn man hat die Geburtstag, wenn man hat der andere Geburtstag